Die taucht aus dem Nichts auf. Sie ist hier unterm Stuhl, da kann ich kein Video drehen. Guter Blumo, komm raus. Aber nicht erwürgen, Carla, ne? So, hier seht ihr mich. Schön die Beine hoch. Ich habe ja nichts zu tun im Zauberwald, ne? Ich sitze nur faul rum. Das sind Charlies Schlappen, weil ich habe leider das Problem, dass mir beide Zehennägel, die dicken Zehennägels, ins Fleisch gewachsen sind, weil ich die zu kurz geschnitten habe. Jetzt habe ich solche Schmerzen und kann keine Zuhenschuhe mehr anziehen. Ja, aber da ja eh bald der Krieg ausbricht und die mir die Zehen wegschießen, macht das ja auch nichts mehr. Geh noch mal trinken, Butterblume. Sissi. Sissi. Meine süße Sissi.